Hi! Ich hab dich trotzdem noch fragen, ob irgendjemand im Stadion spielt und wie stellst du die Situation ein? Sehr gut! Gefällt mir! Bei den Leuten ist das Haus, denn für den Rechtsverteidiger können wir sehr, sehr gut gebrauchen. Und jetzt sag ich mal kurz an, im Stadion haben wir heute verschwarten müssen und jetzt machen wir mal hier an und fragen, wo ist in Hamburg der Beste? Hier! Und wo ist denn Hamburg der Süden? Hier! Und wo ist denn Hamburg der Osten? Hier! Und wo ist denn Hamburg der Neude? Hier! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020